Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Genome, Hobbits und natürlich auch Aiderdrom. Zur Junkie Prüfung, äh, ich meine zu einem neuen Part, Pokémon Y, äh, ach, Scheiße, Mann. Das hat sich ja woanders geplant. Ja, ähm... Musik Zu einem neuen Part. Jetzt guckt man Sonne kurz vor der Inselprüfung, ja, ähm, in einem Dschungel. Schattendschungel. Eine Schatzkammer voller Geschenke des Walds. Okay. Ja, reden wir nicht so viel und, ja, begeben wir uns gleich mal in den Dschungel. Ja. Ich hoffe nicht, dass ich so schnell wieder hier raus will, weil ich bin kein Star. Tag. Herzlich willkommen in meiner Prüfungsstätte, dem Schattendschungel. Ich muss schon sagen, bei dir und deinen Pokémon stimmt einfach die Mischung. Ihr erfüllt alle Voraussetzungen als Küchenhilfe. Äh, äh, ich meine natürlich. Ihr erfüllt alle Voraussetzungen, um die Prüfung zu bestehen. Schließlich hast du einen Witzerstein erhalten. Von Capo Ricci persönlich. Damit bist du qualifiziert, dich meiner Prüfung zu stellen. Der Dschungel lebt und spricht zu uns. Wenn du die Ohren spitzt, flüstert er dir das heutige Tagesgericht ins Ohr. Mehlwürmer mit Kakerlaken. Da kannst du ihn hören. Ja, tatsächlich hat zu dem Zeitpunkt, wo das online kommt, wirklich vor kurzem, ja, schmerzlicher Weise das Dschungelcamp begonnen. Ich weiß nicht, warum ich mir das an tue. Aber, ja. Ab und an. Sehr selten gucke ich das mal. Die letzten zwei Tage habe ich das mal geguckt. Aber, na gut. Reden wir nicht darüber. Reden wir den nächsten weiteren Parts darüber. Also, jede Minute. Dieses Part. Der Dschungel hat gesprochen. Er will, dass ich heute etwas Besonderes koche. Und zwar Mahos. Berühmte Spezialmenü. Dafür sollst du mir vier Zutaten bringen. Eine Margotbeere, ein Minipilz, ein Vitalkraut und ein Wundersaat. Also, doch keine Kakerlaken. Hier. Diese Zutatenbeutel brauchst du, um die Prüfung zu bestehen. Du erhältst das Item Zutatenbeutel. Zutatenbeutel wurde in der Basis-Items-Tasche verstopft. Würdest du die Zutaten in deinem normalen Beutel aufbewahren, kämen sie durcheinander. Zutaten lassen sich mit Bisbark übrigens leichter finden, denn es spürt einfach alles auf. Mit dem B-Knopf lässt du es schnüffeln. Aber das weißt du ja schon von der Ohana-Farm. Also, nochmal zum Mitschreiben. Vier Zutaten sollen es sein. Eine Mangobeere, ein Minipilz, ein Vitalkraut und Wundersaat. Also dann, der Schattendschungel erwartet dich. Mach dich bereit. Es ist Prüfungszeit. Die Prüfung beginnt. So, dann würde ich glatt mal das Bisbark herausholen. So, da geht es anscheinend noch nicht lang. Aber ich wühle mal hier ein bisschen rum. Also, ich schnüffel hier mal ein bisschen rum. Oh! Er hat was! Er hat da wieder verloren. Ja! 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 Wo? An dem Stein hier. Auf dem Baumstamm wachsen einige Pilze. Welchen davon benötigst du? Mini-Pilz, Riesen-Pilz? Ich glaube, es war der Mini-Pilz. Mini-Pilz im Zutatenbettel verstaut. Doch der Riesen-Pilz greift an. Ein Pilz, der angreift. Holla! Ein Parasek. Wild erscheint. Ah! Ein gebender Pilz. Der ist, glaube ich, nicht mehr ganz genießbar. Kahl haben wir gerade an. Wow! Kahl haben wir am Angriff. Okay. Setz mal Silber hoch ein. Das sollte effektiv sein. Oder auch nicht. Das ist aber auch nicht sehr effektiv. Ähm. Ich versuch's mal mit Käfere-Totz. Wow! Ist doch zumindest nicht uneffektiv. Aber das war sehr effektiv. Mist! Los! Lea! Die zweite. Ich muss ihn jetzt scheinbar brechen. So wie es aussieht. Wetzloch regeln. Ja. Kacke. Ich möchte jetzt nicht unbedingt ein Teammitglied. beim ersten Wildes-Pokémon-Kampf verlieren. Nicht unbedingt. Lea, die dritte, hüllt sich in Z-Kraft und setzt Hitpawn Sprintangriff ein. Kabumm! Das war jetzt nicht sonderlich effektiv. Nein Lea! Nein! Ach Kacke! Lea wurde besiegt. Ach Nö! Da haben wir Kahl verloren. Lea darf wieder belebt werden. Los John! Ja! Scheiße! Ein wilder Pokémon-Kampf! Alles klar! Ich bin's, Maho. Einen feinen Mini-Pilz hast du da gefunden. Warum der unter Pilzhabern der Renner ist, das weißt du, sobald du ihn probiert hast. Noch fehlen drei Zutaten. Finde sie bitte alle ganz schnell. So. Jetzt habe ich mal Lea wieder belebt und die andere habe ich einfach mal tot gelassen. Wir können dann halt nicht kämpfen. Wieso? Und wo haben wir unser zweites Item? Der schnüffelt was? Ah, was heißt geschnüffelt? Geschnüffelt! Da! Oh! Ein wildes Pokémon erschnüffelt. Ein Imantiswild wird eingesetzt. Von Natur. Wird eingesetzt. Stand da nicht. Och Mann! Lea, die Dritte hat ihren Partner verloren. Ein Biss vielleicht. Oh. Komm schon. Ist es nicht auch noch sterben, Lea? Schnell. Trank! Ich hab die doch trainiert. Was ist denn hier los? Ich hab die offscreen trainiert. Auf Level 16. Die war glaube ich Level 14 vorher. Na ja. Was soll denn das werden, wenn es hier drauf ist? fertig ist ja komm ich kann jetzt hier nicht alles für ein wildes pokémon geben versuch mal zu fliegen prüfung ist noch nicht vorbei ach komm machst du mir nicht so schwer sie hat jetzt keinen teampartner der sie retten kann wie soll ich denn in die prüfung gehen mit nur zwei lebende teampartner ich habe jetzt noch drei überlebende max und john und luffy ich versuche es mal mit max und john also max und dann als tauschpartner john oh mann mein team wieder auf drei minimiert kein wunder dass ich so was nicht so weit fort komme ich so weit voran komme ja komm schon jetzt das aus ja kampf überstanden obwohl ich schon fast besiegt wurde ladibald fäh habe ich jetzt mal meine verbliebenen drei pokémon reanimiert also tränke gegeben mago beeren zusatz zutaten bitte hab ich gar nicht geschnüffelt ich bin's mago eine feine mago beere hast du da gefunden je größer eine mago beere ist desto krummer ist sie und je krummer sie ist desto süßer ist sie noch fehlen zwei zutaten finde sie bitte ganz bald ja ok ja jetzt haben wir noch zwei zwei zutaten zu finden die bestimmt hier irgendwo ja in die richtung ist aussieht oder ja in die richtung ist das ausrufzeichen kam aber da ist das ausrufzeichen na wo bestimmt hier hier in der ecke irgendwo na was hast du was hast du hündchen und die er hat was hier in der ecke aber du findest das item x also ok das ist jetzt keine zutat wir benötigen aber gut dann würde ich gerne mal auf taurus wechseln ja das können wir nämlich durchbrechen so da können wir wieder suchen nein hier ist erstmal nix und dort vielleicht ja das sieht ganz ausrufzeichen 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 an ein groß wurzel als am stasche verstaut nein das ist auch kein weiteres item ja wo sind denn die item scheinbar nicht schnüffel schnüffel am bein hier waren wir schon gehen wir tiefer in den dschungel rein hier waren wir auch schon hier hatten wir gerade 10 pokman verloren ach findest du noch was hier ist was x spezial ok auch nicht das was ich suche ich muss da irgendwie hoch hm ewige suche ok hier vielleicht nö da muss ich absteigen und durch kriechen ja komm irgendwo hier hier in der mitte das gras hier ist sehr verdächtig möchtest du es heraus ziehen ja komm ziehen wir es raus vital kraut ah da ist eine weitere zutate ein pokman springt aus dem hohen gras und greift dich an ja sind noch zwei pokman die wir besiegen werden müssen im imantis das kennen wir doch los john ich denke du kannst das hinkriegen ich versuch es mal mit der hydro ladung also nur versuchen unwahrscheinlich dass das bei den blatt pokman funktioniert ja ich bin ehrlich gesagt ein bisschen deprimiert was meine zehn pokman angehen meine zwei zehn pokman mir ist nur noch bei drei hier aber man so ein verlust ich bin's marco ein feines vital kraut hast du da gefunden es ist selbst für pokman erschreckend bitter aber das gibt gericht dann die richtige würze jetzt fehlt nur noch eine zutat finde sie bitte so schnell es geht ok ja eine brauchen wir noch wie es aussieht wieso die müsste sich dann irgendwo hier aufhalten wie es aussieht da hyper tank ok ja nicht so ganz das was ich gedacht hätte komm such hier ist noch was hier hat er ein grasses verdächtig möchte ich es doch nur ausziehen vital kraut oder doch nicht bei genauer betrachtung entpuppt sich es als unkraut ein pokman springt aus dem hohen gras und greift dich an und keine zutat joa ähm schaffen wir auch noch ja geil zwei pokman verloren beim nächsten pokman spiel werde ich keine nack machen ne komm und muss das spiel auch ein bisschen genießen und muss das spiel auch ein bisschen genießen oh da war was ähm ja ich hatte es doch gerade eben wo denn wo denn ja hier ungefähr vorsichtig so hier ja aber warum scheinbar doch nicht hm seltsam ja komm hat es doch hier an dieser stelle war das heilpuder heilpuder ich brauche kein heilpuder ich brauche die nächste zutat warum im hohen gras hier auch nur pokman auftauchen wenn ich ein item finde ist mir ein rätsel eigentlich müsste hier knapp 25.000 pokman getroffen sein irgendwie irgendwie ja hier ist doch such achso das gras hier ist sehr verdächtig möchtest du nicht herausziehen ein vitalkraut oder doch nicht ich brauche doch kein vitalkraut mehr ich brauche ähm was war die letzte zutat und einen pilz hatten wir einen vitalkraut hatten wir was hatten wir noch keine ahnung jedenfalls kein vitalkraut müsste ich vielleicht an eine andere stelle gehen verzahnen das haben wir auch noch platz so das ging schnell endlich ja komm ich geh mal an eine andere stelle das gibt es hier vielleicht auch noch irgendwo anders so hier bestimmt keins top leber oh das ist schön top leber kann ich gebrauchen aber ich hätte jetzt gerne die letzte zutat aber ich hätte jetzt gerne die letzte zutat so ähm sachniveau da ist noch ein item das müssen wir jetzt nicht holen werden hohes gras hier waren wir doch schon ein spezial tipp von maho es gibt guckmann die beeren lieben deswegen sollte man beeren zu essen verarbeiten ok scheinbar müssen wir hier an die schilder hier war auch so ein schild folglich müssen wir noch ein viertes schild finden hier ist ein viertes schild saatgut das von pokémon im boden versteckt wurde entwickelt in sehr ausgeprägtes aroma ja dankeschön aber jetzt dann auch gerne die letzte zutat wenn möglich hinterm fels nein ach meine güte kann auch nicht so schwer sein so immer wieder wismar hier saatvorgaben wundersaat ok das haben wir ich bin's maho eine feine wundersaat hast du da gefunden mehr nährstoffe auf einmal gehen nicht ein wahres wunder des dschungels oho du hast ja alle zutaten zusammen prima dann fange ich jetzt mal an zu kochen geh also bitte zum eingang des dschungels und schau mir beim kochen zu gerne doch das sieht nach dem ende der prüfung aus wenn nicht jetzt noch ein boss kommt oh zwergfürst jetzt wo du alle zutaten beisammen hast fehlen nur noch da sind wir ja auch schon hallo maho wie geht's wie steht's ah der insel könig den wir also kiawe den wir im vorletzten pandemie gesiegt haben und noch wer den wir am strand gesehen haben als wir auf der insel angelegt haben vor vielen parts kiawe ich bringe wie immer ein kampfknochen mit und ein steinknochen und ich habe wie immer ein tafelwasser und einen beulenhelm mitgebracht tracy kiawe ich danke euch also gut zwangfürst es geht los ich koche jetzt das gericht das den herrscher hervorlockt ach so ja jetzt muss ich natürlich noch gegen den herrscher kämpfen nun wäre ja auch zu schön gut dann prüfen wir jetzt noch einmal alle gesammelten zutaten eine marco beer ein mini pilz ein vital kraut eine portion wundersaat prima so wie es das rezept verlangt dann kochen wir jetzt mahos spezialmenü das aroma dieses gerichts sollte den herrscher herlocken bist du bereit na los bleibt mir ja nichts anderes übrig muss bereit sein ok tracy dann kippe jetzt das tafelwasser in den ungestülpten beulenhelm klar doch ich weiß bescheid die marco beer der mini pilz das vital kraut und zum schluss die wundersaat rein mit allem kiawe leih uns bitte den kampfknochen und den steigen knochen ok los zwergenfürst stampfe jetzt bitte alles mit den beiden knochen klein drücke den a knopf und stampfe damit die zutaten klein drücke wiederholst den a knopf um die zutaten klein zu stampfen ich habe den a knopf gar nicht gedrückt aber egal drücke wiederholst den a knopf um die zutaten klein zu stampfen drücke wiederholst den a knopf um die zutaten klein zu stampfen das selbe das läuft jetzt so ein bisschen weiter bis das dann ach so die bestätigung von diesem jetzt habe ich sie erst berufen jetzt drücke a so hau drauf kräftig stampfen stampf 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 mach breit raus hart hast du drück so das ritual kann beginnen ein eigentümlicher geruch breitet sich aus aus den tiefen des jungles ist eine mächtige aura zu spüren und trefft mich von hinten und trefft mich von hinten und trefft mich von hinten